6. 9. 7. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 10. 11. Ich lebe gleich, mach ich mal kurz ab, eh, du werf ne Schildpappe. Du kannst dann wieder anfangen. Also dann fangen wir wieder neu an. Das ist dann weg, okay. Ah gut, dann nicht. Prost, Prost, don't fake. Prost, was war's geil? Ich leb doch. Oh, im Fokus, ich hab wieder tot. Nö, egal. Ich hab besser aus dem Mute. Voll geil, aus der Luft gelasert. Komm mal her, Warte, ich hab Leben für dich. 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 Ich tule das jetzt. Wenn du das jetzt mal holen würdest, wär ich ein bisschen stolz auf dich. Ich tule das jetzt. Schau mal die Sahne raus. Oh ne. Boah. Sooo. Und jetzt haben wir nämlich ein Spiel. Jetzt haben wir ein Spiel, meine Damen und Herren. Warte. Willi, ich hab... Willi. So, wo sind sie denn alle, die Knäscher, hä? Oh, oh. Hier sind sie drin. So. Komm mal her, zu richtig. Da ist falsch. Ein AP. Sechzig oben. On me. On me, bitte Hilfe. Ich werd weg. Ladana. Ey, guck mal, wie sie wegrennt. Guck mal, wie sie wegrennt. Wollne ich viel. Wollt mal besser. Ne? Guckst du blöd, ne? Komm, meine Freunde. Lefst. Komm, meine Freunde. Komm, sie wegrennt. Wie sie wegrennt. Ey. Yaki. Kommt mein großer Bruder, plötzlich sind sie in Ruhe. Bring mir seinen Kopf, Rippie. Gib mir seinen Kopf, Rippie. Gib mir seinen Kopf, Rippie. Dort. Ah, der hat kein Kopf mehr. Jetzt geht's hier ab. Also pass mal auf, Willi. Hier geht's jetzt los. Dead. Two dead, two dead. Oder? Jetzt will ich spielen. Was passiert hier? Mütische Handschuhe. Mütische PAM. Mütische Handschuhe. Mütische PAM. Ja, ja. Komm mal. Ich komm auf meinen Leben nicht klar. Wo seid ihr alle? Ja, das war wirklich. Du hast die mütischen Handschuhe. Ich will die haben. Der hat 5 Charges einfach. Auto. Digga. Ey, und bei mir Axel. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Verprügeln. 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 Nein, 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 nein. Warte, Alex. Fahr mal das Auto. Warum ich, du Esel? Weil ich fressen muss. Ich bin tot. Post haben mich geholt. Hier ist ja ein Messer oder so. Kriegt man Schaden? Ja, ja. Aua. Ich geh ihn jagen. Elfenhand. Digga. Warum ist hier überall so ein Messer? Digga. Was ist das denn? Was ist das? Ich hab einen Fiss. Ich komm nicht wieder. 50. Wer mag das? Oh, Maxi. Du wachst es. Maxi. Du wachst es. Haben wir den mit der Jungs, Jungs? Äh, ja. Der fahrt jetzt beide mit der Jungs. Ja, der fahr jetzt. Hier von uns, von uns. Er prügelt. Er verprügelt. 50. Ja. In der Luft. Heigloch, 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 heigloch. Der hat ihn. Nice. Ich jump ins. Ja. Ja. Du müsstest kaputt schießen. Schieß drauf, schieß drauf. Jungs, schieß drauf. Schieß drauf, das Auto. Schieß den, Jungs, schieß den. Auto kaputt, in euch drin. Alter. Paus kommt. Alter. Paus verprügelt. Ich habe Heli und Willi genockt. Oh mein Gott. Ich laufe, die Grippe, heigloch. Das merk ich mir. Ja, danke. In mein Auto. Travis Scott, Travis Scott, Travis Scott. Wolle ich wie. Komm, da ist das verrückte. Heigloch, heigloch. Heigloch, 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 heigloch. Komm mit. Oh, gefickt. Oh, wie cool sah das aus, Shit. Wir haben das beste Auto sogar. Oh, oh. Gegner, Gegner. Digga. Können wir hier mal raus? Nein. Das ist die Arena. Hier. Das ist echt die vergebene Arena hier. Okay, ich boxe. Weg da. Peace ein. War 2, dead. Leider, Leider, dead. Verzugung. Gehloch, da. Der Brügelin. Ich habe einen auf die Fresse. Oh, na auf hier. Alle topen alle püffeln. Jetzt mal Real Talk aus Naruto. Wer ist nicht? Madara? So ein bisschen für sich. Nein. Extrem stark. Gut aussehend. So, Madara? Nein, nein, nein. Gegner, 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 Gegner. Gibt sich. Der Brügelin. Brau, wieder auf tot. Nice. Nice. Nice, Let. Und überfahren. Tschüssi. Ne, ihr Penner. Die sieht aus. Alle in die Lobby. Alle in die Lobby. Alle in die Lobby. Oh. Alle in die Lobby. Digga, diese Musik. Der Fati ist angeschlossen. Verbrügelin. Ich mache mit. Ich mache mit. Tot. Tot. Also um eure Frage zu stellen, wie Fortnite ist die Season? Hat er euch jetzt selber beantwortet? Es ist wirklich ein Auto und ein Handschuh. Oh. Es ist ein Auto und ein Handschuh. Es ist ein Auto und ein Handschuh. Ja, ja. Es ist wirklich auch ein Handschuh. Ich sag, du wärst Minato. Minato? Wer ist Minato? Gut. Ja. Madara. Ich wär auf jeden Fall im Ushia Clan. Oh. Endurance. Total. Oh. Dankeschön. 70. 70. Dort. Ähm. Wie viel PS hat dein Urus eigentlich? Muss ich uns reinwerfen in die Gruppe? Was ist? Wieviel PS hat dein Urus? 666. Tollpitz 2. Aha. Ah. Okay. Spray ist anscheinend. Maniuki. Was geht? Maniuki. Oh. Das kann eine gute Runde sein. Minato ist ein Fucker, Motherfucker? Echt? Kein Event wäre es im Ushia Clan. Doch. Du ohne Ushia Clan. Äh. Bei Yu-Gi-U wär ich zum Beispiel Kyber. So. Mal die Ruhe genießen. Mal die Ruhe genießen hier. Minato ist ja gut mit seinem Papa. Hier mal chillen kurz. Lass mal hier kurz chillen. Mal über alles nachdenken. Mal über alles nachdenken. Ist das krank, Digga. Ich habe gerade 57 Minuten hier irgendwelche Musik gehört. Ich habe einfach Gehörschrauben. Ich auch, ich schwöre. Hier ist ein Gegner. Auf der einen, Dom. Guck mal wie schön die Welt von Fortnite sind. Es gibt nichts geileres als in den Himmel zu gucken und Sterne. Mit so einem geilen Soundtrack. Der Fall verfrügel kann. Bei mir Gegner, bei mir Gegner. Ich rette euch. Bei einer Tod. Eddie, komm mal zu mir. Bei einer Tod. Verfrügelt. Ja. Lambo. Ja. Bauer auf ihn rauf. Bauer auf ihn rauf. 175. Ich werde ihn killen. Ja. Schießen. Ich werde empfehlen, Gott. Ey. Ne. Wieder vier Kills nicht gut, ne? Oh man. Wie hektisch. Bruder, lass mal dann nach einer Runde im nicht bauen spielen. Wie ist das denn im nicht bauen, bitte? Da kann es ja gar nichts machen. Das ist nur ein Auto. Lass mal machen dann. Es ist einfach, es ist einfach nur Rumgebrettere. Weißt du was, ich werde jetzt Frieden suchen. Ich werde Frieden suchen. Guck mal, wie friedlich hier oben das Leben ist. Eli, siehst du immer Gegner? Ich will nur fliegen. Eli, du musst nur Gegner suchen. Ich habe einen Zahn gebrochen. Scheiße. Ich will nur fliegen. Such deinen Gegner an Eli. Ich will nur fliegen. Was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Wir haben 40, also wir machen auf jeden Fall 40 Kills, Alter. 40 Buletten. Ich habe 4 Kills, nicht mal scheiße. Das sind 10 Wurzel. Wie viele von denen hast du mit Auto gemacht? Ich? Ich habe sehr viele mit Handschuhen gemacht. Auto habe ich nicht gemacht, gar nichts für Handschuhe. Von den ersten Kills habe ich 14 Handschuhe gemacht. Meine sind auch nur mit Auto. Aber die darf man niemals bei Pro-Tourneieren spielen, oder? Ja, das ist ja das Ding. Ja, das ist das Ding. Ist das ein Upload oder wie? Hier in der 40er Pop ist das ein Upload? Klassen Ablauf. Ich weiß doch früher immer. Immer früher. Wo wurde? Wenn man 40er... Boah, mir geht nicht. Habein. Ne, wieder schlechter. Boah. Bist du ruffen? Äh... Schlecht gut gemacht. Und Eli Jello macht natürlich den 40 Kills. Früher immer, wenn man... Wenn man... Irgendwie krass gelbte hatte. 40er Bomb. Boah, das muss so... Das muss so krass für euch gewesen sein. In dieser Tropfletten... Komplatten Hardcore Phase. Wenn ihr so einen Tag gespielt habt. Und dann so gefühlt 3-4 Videos hattet. Ich hab mir früher immer... Äh... Ninja... Hä? Ich hab mir... Ich hab mir heute... Ich hab mir heute... Auto? Ja. Doch, ja, Faust. Ja. Kienhaken, Uppercut. Ich bin der letzte. Ne, scheiße, leider. Oh, leider. Okay, guys, okay, guys. Ne, scheiße, oder? Wieder epischer Sieg. 43er Bomb. Was ist mit der 43er Bomb? Ist ein Upload. So. Upload. Ich hab mit. Ich hab mit. Jetzt.